So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Das wird sicherlich jetzt alles mega chaotisch, ich habe überhaupt keinen Plan, was ich überhaupt sagen will, aber ich muss irgendwie das Wochenende verarbeiten, denn das Wochenende war wirklich für mich ein Krampf. Es war ein Krampf und nicht so ein kleiner Wadenkrampf, sondern so ein richtiger Krampf halt, so mit mehr dran. Also, am Wochenende war ja das Weltmeisterschafts-Event, das müsste eigentlich auch sogar noch laufen. Am Wochenende waren ja die Weltmeisterschafts-Streams auf Twitch von dem Pokémon-Kanal, der alles Mögliche gezeigt hat. Da gab es auch vom Trading Card Game was, von Pokémon Unite was, es gab die GBL-Sachen, es gab Codes. Es ist ja alles so ein Durcheinander und es war so kompliziert. Ich möchte euch mal Stück für Stück jetzt hier durchführen. Die drei Forschungen zeigen, wer es nicht geschafft hat, die drei Forschungen abzuholen oder zu kriegen mit den Codes, weil es Fehler gab oder Probleme, möchte ich euch die zeigen, was die Aufgaben waren und die Belohnungen waren. Und ich möchte noch GBL kämpfen live hier in dem Video. Also, Freitag 21 Uhr, Tag 1 von der WM, war ein Stream, kannst du einschalten, nebenbei hier laufen lassen, dass da eine halbe Stunde gezählt wird, dass du guckst und kannst dir dann einen Code ausspucken lassen, worüber du eine Forschung kriegst. Samstag, 21 Uhr, Tag 2, Pokémon-Stream auf Twitch. Einschalten, halbe Stunde gucken, kriegst einen Code, zack, weil du eine halbe Stunde geguckt hast, kriegst die nächste Forschung. Co-Streamer. Ein Co-Streamer, auf einer Seite, wo alle Co-Streamer angezeigt werden, musst du dir suchen. Und während der live ist, musst du bei dem aber auch eine halbe Stunde gucken für die dritte Forschung. Das war so kompliziert und bescheuert alles, denn es war wirklich so, man brauchte einen Trainer-Club-Account. Ich habe aber keinen Trainer-Club-Account, bei mir läuft alles über Google. Jetzt konntest du zwar eine Verknüpfung zu Trainer-Club herstellen und einen Trainer-Club-Account erstellen, aber das ging nicht. Bei mir, ich weiß nicht, warum. Wenn du auf Twitch warst und hast da eine halbe Stunde Mist geguckt und dann stand schon da, okay, hier ist ein Drop, ne. Du kannst dir jetzt hier den Drop abholen und da gehst du hin, ja, dann ist unten, okay, ein Häkchen dran, dass da Drop ist in deinem Inventar, irgendwo im Twitch-Universum gespeichert. Du willst den abholen. Also bist du auf diese Seite gekommen und dann solltest du dich anmelden mit deinem Pokémon-Trainer-Club. Es ging nicht. Immer wenn ich auf Login gedrückt habe, kam Error 15. Ich konnte, selbst wenn ich im Spiel direkt bei mir war, ich war bei mir direkt im Spiel drin und habe in meinem Spiel, in meinem Account, auf dem Handy, in meinen Einstellungen Verknüpfung Trainer-Club ausgewählt und wollte dort einen erstellen. Es kam eine Fehlermeldung. Das kann nicht sein. Ich kann hier keinen erstellen. Ich kann da keinen erstellen. Ich kann da nicht mal einen anmelden. Ich kann gar nichts. Der NetGhost war so lieb und hat mir einen Trainer-Club-Account ausgeliehen, über den ich den Code einfach abholen kann, damit ich den Code dann aber auf meinem Profil einlösen kann. Jetzt muss ich aber natürlich mit seinen Daten mich anmelden in diesem Feld, weil hier ist das Inventory und da kriegst du dann den Code, wenn du dich anmeldest. Aber immer wenn ich auf Login gegangen bin, kam Error 15. Verstehe ich nicht. Hattet ihr das auch? Schreibt es mal rein. Es war am PC. Dann habe ich gedacht, ich bin schlau, ich drücke nicht auf Login, weil ich will mich nicht einloggen. Ich will doch einen erstellen. Nimmst du das Sign-Up, was oben drüber steht. Wenn ich Sign-Up drücke, um mir einen Account zu erstellen, hoppla, ein Fehler ist aufgetreten. Es ging auch wieder nicht. Ich habe gedacht, schön, du hast die ganze Zeit jetzt geguckt. Es geht aber nicht weiter. Nach einem Tag Rätselraten hatte Schäfer gesagt, lösche mal alle Verbindungen raus im Twitch-Account. Da ist ja Pokémon Go mit Twitch verbunden, dass man diese Giveaways kriegt. Lösche das mal raus. Verbinde das mal neu. Vielleicht ist da ein Fehler drin. Ich bin auf Trenn gegangen, habe das rausgelöscht. Es waren keine Apps mehr verbunden. Ich habe auch immer gesehen, okay, in meinem Drop-Zeug, da steht ja drin hier das Ding zum Abholen. Hm, verknüpfen. Okay, weil ich nicht verknüpft bin, also gehst du wieder auf dasselbe Bild, login, willst deinen Trainer-Club-Account anmelden. Diesmal kommt nicht Error 15. Diesmal drückst du auf Login und die Seite wird einfach komplett weiß und es geht gar nichts mehr. Und du denkst, es kann doch nicht sein. Selbst der Tipp und Trick, mit dem der Schäfer alles umgangen hat und es dann ging, funktioniert bei dir wieder mal nicht. Dann war es auch sinnlos, weil jedes Mal dort stand mein Inventory, wo jetzt schon zwei Drops mittlerweile drin sein müssten, da ist nichts drin. Du hast keine Drops im Inventory. Und ich dachte, es kann doch nicht sein. Dann habe ich es irgendwann geschafft. Frag mich nicht, wie. Ich habe nochmal alles aus, alles hoch, alles zu, alles weg. Dreimal um den Block heran, wieder heim, hin und her. Ich drücke auf Login und plötzlich kann ich die Daten eingeben. vom Trainer-Club-Account, vom NetGhost. Und so hat es mir dann von Zebelei angezeigt, den Code, was aber auch wieder falsch war, weil an Tag 1 sollte es eigentlich die Zubiris-Forschung geben und an Tag 2 sollte es die Teamgeist-Superliga-Forschung geben. Jetzt hast du mit dem Zubiris-Code, den habe ich eingelöst und habe was bekommen? Die Teamgeist-Forschung in der Superliga, wo es auch der Zubiris-Code war. Aber hey, wenigstens konnte ich mir einen Code anzeigen lassen und den Code einlösen. Jetzt habe ich also diesen Code eingelöst. Irgendwie war das auch schon Seite 1 von 3, obwohl dort direkt nur der Pfad kam. Ich habe ja schon in dem Infovideo dazu gesagt, Iskala, Galasmokmok, Pam-Pam. Ich finde Pam-Pam irgendwie am coolsten als Pokémon. Ich habe also Pam-Pam gewählt. Super, wähle Pam-Pam. Wähle die Option, um mit Dumm-Esel-Mantax und Pam-Pam ein Pokémon-Team für die Superliga, der Go-Kampf-Liga, aufzustellen und zu trainieren. Dann habe ich bestätigt, bin rein, war dann direkt auf Seite 2, besiege ein Team-Go-Rocker-Drübel, verwende 10 Power-Ups und verwende eine Lade-TM. Das konntest du schnell machen. Dann hast du hier natürlich die drei Pokémon rausbekommen und natürlich auch Bonbons für die drei Pokémon. Angefangen mit Pam-Pam, 619 WP, hatte sogar 15 Angriff. Dann gab es ein Dumm-Esel hinterher, 706 WP, hat 13-13-13, sah auch cool aus. Und mantags, da habe ich den Fangbildschirm gar nicht mehr drauf, 20.35 Uhr. Mantags, 15 Angriff. Dann bin ich auf die dritte Seite gekommen von dieser Team-Geist-Superliga-Forschung. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga, gewinne einen Trainerkampf in der Superliga, gewinne drei Superliga, Trainerkämpfe gegen einen anderen Trainer, Staub, Bonbons. Und ich habe auch dieses Team, diese drei Pokémon, die ich da habe, genommen und habe mit denen gekämpft. Und es hat sogar Spaß gemacht und es ging sogar gut. Einmal habe ich sogar 5 von 5 gewonnen in einem Set, hatte die Aufgabe dann also auch fertig, habe den Staub mitgenommen, habe die dann mit SSS für die Superliga beschriftet, habe die alle ein bisschen gepusht an die 1.5er-Grenze. Ihr seht jetzt hier 1.498, 1.494 und 1.446. Anders ging es nicht und die habe ich dann als Superliga-Team genommen. Hier habe ich sogar noch eine zweite Attacke draufgezimmert, hier habe ich eine zweite Attacke draufgezimmert. Den Rest, ich habe an den Sofort-Attacken nichts geändert. Ich habe das alles so gelassen, wie es ist. Ich habe auch einfach nur eine zweite Attacke gemacht. Die erste Attacke, die da war, habe ich gelassen. Hier, Blubstrahl, finde ich richtig cool. So, beim zweiten Tag, ich habe geguckt und habe beim zweiten Tag irgendwann nach Ewigem hin und her dann doch wieder die Forschung gekriegt. Wow, es war wieder ein Krampf. Gucken, warten, anmelden, Fehler, Error, Hoppla, weiße Seite, nichts. Kein Drop-In, Inventar leer, alles hin und her. Wahrscheinlich waren einfach nur die Surfer jedes Mal überlastet. Dann hast du eingelöst, die zweite Forschung. Vom zweiten Tag, was eigentlich die erste Forschung war. Und siehst die Aufgaben hier. Pokémon-Weltmeisterschaften, 23 Champ. Champ der Pokémon-Weltmeisterschaften. Fange 10 Pokémon, fange 20 Pokémon, fange 30 Pokémon. Und es gibt jedes Mal Zobiris-Bonbons, 302 EP und eine Begegnung mit, pass auf, Zobiris, 616 WP. War recht gut, okay, aber für die Superliga muss ja eigentlich schlecht sein. Auf der zweiten Seite wieder verwendet 10 Power-Ups, gewinne einen Trainerkampf in der Superliga, gewinne drei Trainerkämpfe in der Superliga. Mit Zobiris habe ich absolut nichts gemacht, denn ich habe ja mein super Team gehabt von den anderen Dingern. Also habe ich mit den anderen einfach wieder gekämpft. SSS, zack, fertig, boom. Hier fand ich es cool, da gab es eine Top-Lade-DM. Jetzt habe ich die zwei Pokémon-Forschungen von den offiziellen Kanälen fertig gehabt. Ich brauchte aber noch von einem Co-Streamer, bei dem was. Ich habe mir mal die Liste durchgeguckt und der Typ hier ist mir aufgefallen. Erstens ist der schwarz, finde ich cool, finde ich sympathisch. Darf man das sagen? Ja. Dann steht er so da, als würdet ihr gleich auf die Fresse hauen wollen. Fand ich irgendwie cool, also der sieht für mich aus wie mit dem ist gut Kirschen essen. Dann habe ich mal eine Aufzeichnung von ihm drauf gemacht. Nach fünf Sekunden gucken, hat er geröbst, so richtig... Leute, was geht ab? Also der redet ja, ist ja ein Ami, redet ja kein Deutsch. War mir sympathisch, habe ich gedacht, ich gucke Fladdy auf seinem Kanal. Jetzt ist das Problem, der war aber nicht online. Und wenn du irgendwas geguckt hast, einen Stream, den er vorher abgehalten hat, dann zählt das ja nicht. Du musst ja in dem Moment, wo der live ist, direkt live zugucken. Aber die Amis haben andere Zeiten, das war bei mir tagsüber, die waren alle offline, konnte ich nicht machen. Ging also nicht mit ihm. Bei dem Pokémon-Zeugs war so, der Stream war live, 21 Uhr bis 5 Uhr. Und dann wurde tagsüber ja im Prinzip derselbe Stream als Wiederholung nochmal gestreamt. Also das war nicht offline und du konntest nachträglich alleine dir das angucken. Sondern die Wiederholung wurde direkt nochmal gestreamt, sodass das wieder ein neuer Livestream war, über den du gucken konntest. Stell dir also vor, das ist wie wenn auf Pro 27, 20 Uhr kommt hier Halloween, die Nacht des Grauens. Du hast da keine Zeit, weil du kommst erst 22 Uhr nach Hause und du sagst dann um 0.30 Uhr wird der Film von 20.15 Uhr wiederholt. Pro 7 gibt die Zeit vor, dass der da drauf war und da wird der aber nochmal gezeigt. Und alle mussten sich da hinsetzen oder sich bei der Wiederholung hinsetzen und auch wieder die Werbung fressen und alles. Es zählt nicht, wenn das einer aufgenommen hat und du guckst dann einfach nächsten Tag 15 Uhr nachmittags den Halloween-Film. Weil dann ist das ja nicht die Pro 7 Ausstrahlung, die alle zu dieser Zeit gucken müssen. Dann ist das ja, dass du das selber einfach jetzt guckst, weil du jetzt gerade Zeit hast. So ging das nicht. Du musstest schon, wenn das live ist, gucken und nicht eine Aufzeichnung gucken. Außer die Aufzeichnung wurde wieder gestreamt und war wieder live. Jetzt habe ich mal geguckt, weil ich hatte ja nicht so viel Zeit. Wieder mal NetGhost hat gesagt, der Kaibron Gamer YouTube ist live. Also bin ich da wieder hin, habe den Kaibron Gamer drauf gemacht, habe das laufen lassen, habe gesehen, okay, Drops und Belohnungen. Füllt sich langsam der Fortschritt. Da ist ja auch hier jetzt die Forschung mit dem kostümierten Pikachu. Super, muss ich Code zeigen. Alles klar, ging wieder nicht. Ging wieder nicht die ganze Zeit. Es gab wieder nur Probleme, Error hier, Error da, Fail, Scheiße, weiße Seite, alles hin und her. Ich habe im Fan-Chat wieder rumgefragt die ganze Zeit. Irgendwann hieß es, hast du es mal übers Handy probiert? Also ans Handy ran, bin extra mal über die Seiten, über die Blog-Posts von Pokémon-Go-Live.com-Bums und habe da hier Lohnungs-Seiten und alles. Und übers Handy konnte ich mich anmelden mit dem Trainer-Club-Account und hatte direkt den Code. Den habe ich dann eingelöst und habe gesehen, die Forschung besteht nur aus einer einzigen Sache. Gewinne einen Trainerkampf in der Superliga. 2024 GP, 2024 Staub und eine Begegnung wohl mit dem Pikachu. Und deswegen möchte ich jetzt mal hier rein, live. Denn ich habe die natürlich immer noch hier drin. Was ist das? Das müssen wir mal kurz abholen. Ein Voltilam. Das ist aber schön. So, tut mir mal kurz das Voltilam ein und dann möchte ich jetzt diesen einen Kampf in der Superliga hier in diesem Video gewinnen. Ich hoffe, ich schaffe es. Kann sein, ich gewinne den Ersten. Kann sein, ich verliere den Ersten. Kann sein, ich brauche zehn Stück, zehn Anläufe, bis ich was gewinne. Gestern lief es gut. Heute, wenn ihr da seid, läuft bestimmt wieder nichts. Gewinne einen Trainerkampf in der Superliga. Wir gehen also mal hier drauf auf die Kämpfe. Kämpfen. Nichts wie los. Superliga. Wir machen hier wieder unser SSS. Wir fangen damit an, da, da. Haben unsere drei Pokémon. Okay. Ich weiß, wie gesagt, nicht mal was für Attacken die großartig haben. Ich habe jetzt eben auf dem Screenshot nur gesehen, dass das Mantax, das hat ja eine Pflanzen-Soforder-Attacke. Ich habe mich immer gewundert, dass bei manchen Gegnern dort stand, sehr effektiv. Und ich dachte, hä, wieso, wieso ist Wasser denn effektiv? Aber ich habe gerade gesehen, das hat ja gar kein Wasser. So, jetzt haben wir schon wieder, was mache ich jetzt? Der hat ja eigentlich Knirscher, aber als Überraschung habe ich auch Fußtritt. Der greift an. Ist der stark? Macht der mir Schaden? Ich mache mir gegen die Hose. Das heißt, ich mache schnell mal ein Schild an. Ladungsstoß. Wie viel hat der denn? 1400 noch was. Also der hat seinen schon ein bisschen gepusht. Hätte ja sein können, der kommt jetzt hier mit einem 800er rein. und spielt eh nur so zum Spaß nebenbei. Aber der hat jetzt auch abgewehrt. Okay. Sollte ich jetzt einen Ladungsstoß mal durchlassen? Das scheint ja nicht so gefährlich zu sein. Das ist jetzt wie das Lampenfieber, gell? Dass die Lampe verbrennt. Nein! Und dann bist du fast tot. Und dann denkst du dir, toll, Fußtritt muss noch gehen. Pam, Pam, du bist der Boss. Bei den anderen Kämpfern habe ich mit Pam, Pam fast alles gemacht. Und das Dummisel kam gar nicht zum Einsatz. Jetzt hat er wieder aufgegeben. So. Elektro. Komme ich da jetzt mit Pflanze? Komme ich da mit... Was macht denn Dummisel eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir kommen mal hier mit Mantax rein. Oh shit. Natürlich, wenn der mich jetzt grillt mit seiner Elektroattacke, bin ich wieder ein bisschen auf den Kopf gefallen. Aber, den hau mal weg. Denn mein Blubstrahl senkt ja immer den Angriff vom Gegner. Und der füllt sich eigentlich auch schnell. Er hat jetzt was mit Wasser. Das ist gut. Er hat ein Wasser-Pokémon. Ich greife an mit Pflanze. Ist ja eigentlich schön. Natürlich hat er aber auch Eis. Ist dann wieder nicht so cool. Aber ich kann seinen Angriff senken. Was mache ich mit Dummisel? Nix. Oh, wenn der jetzt einmal eine Attacke macht, bin ich bestimmt weg. Guck mal, der zieht schon so mehr ab als ich. Ich glaube, Mantax ist hier wirklich fehl am Platz. Naja, nicht sehr effektiv. Okay. Aber ich bleibe einfach drin. Ich muss halt gucken, dass ich mit ihm sofort attacken was mache. Dummisel ist doch auch... Ist das jetzt Typ normal? Ist das Typ Boden? Der hat auf jeden Fall, glaube ich, zwei Bodenattacken. Bei dem konnte ich nicht großartig was wechseln. Ich bleibe jetzt weiter drin, dass es seinen Angriff weiter schwächt. Wechsel doch. Du musst wechseln. Nee, ich bleibe jetzt einfach drin. Es geht ja um nix. Wenn nicht, würde das Video halt extra lang oder so... Guck mal, wir sind schon im gelben Bereich. Jetzt bin ich bestimmt tot. Wieso klappt das die ganze Zeit super? Und wenn man dann mal einen aufnimmt, dann ist wieder alles Rotz. Das verstehe ich nicht. Warum das einen immer so ärgert. Außerdem hat er ja auch noch was. Ich kenne ja sein drittes Pokémon gar nicht. Also der überrascht mich bestimmt jetzt gleich. Und dann kommt was, wo man am Tag richtig cool gewesen wäre. Was ich nicht mehr erlebe. Der nächste Blubstrahl drauf. Blubstrahl. Labras, Mann. Der hat bestimmt sein Move voll. Ich komme rein. Ich bin normal. Ja, gegnerische Attacke. Ich habe nur Bodenzeugs. Nee, weil ich habe Boden und ich habe Gestein. Ich glaube, ich habe Steinhagel als irgendwas da rumfliegen. So, mach den mal kaputt. Lade ich mal auf und hau jetzt. Egal was jetzt kommt. Flug. Flug und Boden. Da brauche ich jetzt Gestein oder nicht? Gegen den Flugtyp. Was macht denn aber das Gestein gegen den Boden? Das fällt dann runter auf den Boden drauf. Und dann. Vielleicht komme ich auch gar nicht dazu. Aeroass. Steinhagel ist bestimmt so schwach, dass das gefühlt nichts macht. Und durch den Bodentyp. Mann, wie lange braucht das denn, um voll zu werden? Das kann doch nicht sein. Ja. Wow. Ich habe noch was. Pass auf. Jetzt ein Steinhagel. Und der zieht bestimmt gefühlt nichts ab. Gar nichts. Der macht einfach. Ja. So, der Gegner hat auf jeden Fall gewonnen. Das ist sehr schön. 14,31. Das ist so schlecht. Ist der doch. Und er gewinnt. Gut gekämpft. Komm, mach hier den nächsten Kampf jetzt. Lass den mal. Wieso? Das machen wir schon. Ich dachte gerade, ah, die ist hier. Aber wahrscheinlich hat sich mein weißes T-Shirt, was da unten liegt, von alleine einfach bewegt. Das macht immer so und so und so. Als würde ich gucken und schnüffeln. Dabei liegt es einfach nur da. Ey, der ist schon Rang 8. Ich bin Rang 6. Wie kann das sein, dass die da so einen heftigen Dude nehmen und gegen mich stellen? Jetzt bin ich zwar hier wieder, was bin ich denn? Ich bin wieder hier Unlicht gegen, äh, gegen Psycho. Aber bringt mir ja wieder nix. Weil ich meine Unlicht-Attacke gar nicht einsetzen kann. Der dafür aber, ja, mit was greift der an? Der haut einfach drauf. Ich bin schon weg. Victini. Ich habe kein einziges Mal gegen Victini gekämpft. In der ganzen Zeit jetzt, wo ich gekämpft habe. Jetzt kommt natürlich Victini an den Start. Warum auch immer. So, wir sind auf einmal sehr effektiv. Das verstehe ich auch wieder nicht. Ich bin doch Typ normal, oder nicht? Also, ich glaube, der hat einen Tackle und Tackle ist normal. Warum ist ein normaler Tackle sehr effektiv, wenn der Boden hat und anderes Zeug? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Aber jetzt hätte ich eigentlich wechseln müssen auf Mantax. Weil Mantax hat doch die Pflanzenattacken. Und das Ding ist Wasser. Und wenn das Wasser ist und ich auch Wasser bin. So, machen wir so. Komm, wir wechseln mal auf Mantax. Was hat der noch? Ich weiß nicht. Hat der eine Wasser? Greift der mit Wasser an? Greift der mit was anderes an? Sternenschauer? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier Pflanze. So, das sieht gut aus. Ich habe auch noch ein Schild. Also, das könnte was werden im zweiten Anlauf. Bojelin. Bramelin. Was ist das? Bo. Bojelin. Auch noch keinen Bojelin gehabt jetzt als Gegner. Ich lasse den jetzt drin. Ich brauche den. Das ist wichtig. Der hat zwar kaum Schaden bei mir gemacht. Aber ich will auf das, was jetzt als nächstes kommt, 100 Attacken drauf machen. Ah, noch besser. Der ist Feuer und ich bin Wasser. Und dann kann ich doch jetzt den ein bisschen abkühlen. Oder zählt das? Zählt das dazu? Gleichzeitig wird auch sein Angriff noch geschwächt. Bevor er eine Move macht, müssen wir unseren zweiten Blubstrahl noch draufschmeißen. Aufschmeißen. Jetzt reicht es. Ui. Und? Jetzt macht es wieder nichts. Komm, wir wechseln mal raus. Tame, der dann ist nicht gerechnet. Wir wechseln raus. Jetzt kann er mich töten. Und dann kann ich mit dem Mantax vielleicht den nächsten Blubstrahl zünden. Vielleicht überlebe ich es auch. Ich meine, er ist hier Flug. Ich bin Boden. Der lädt seinen Move bei mir auf, oder? Bis ich was mache, bin ich tot. Nee, er ist tot. Hat er aufgegeben. Ich habe keine Ahnung. So, und wer jetzt hier eine Folge Ramses Minus erwartet, ne? Der GWL. Der hat Pech. Ich bin jetzt hier fertig. Ich gehe jetzt hier raus. Ich kann jetzt hier nochmal Staub mitnehmen. Und jetzt kann ich hier meine Belohnung abholen. Und hier ist jetzt ein Pikachu drin mit 382. Das ist cool. Das als Shiny ist bestimmt fett. Wenn ihr das habt, dann freut euch. Ich habe mir in den kleinen Accounts, ich habe ja drei oder vier Stück noch übrig. Wichtige. Da habe ich jetzt immer mal ein Raid gemacht. Den täglichen, aber da ist nichts bei rumgekommen. Drei Sterne. Mining. 19er. 8er. 9.22 Uhr. Hier aufgenommen. 11. 14. 12. Ja, mein Gott. Dann ist das jetzt so. Jetzt ist die Forschung auch weg. Achso, das kann ich noch abholen. Jetzt ist die weg. 31. August. Community Day mit Robbal. Ja. LA Night. Das war es von meiner Seite aus. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alle drei Codes abgeholt? Habt ihr Tag 1 Forschung? Tag 2 Forschung? Habt ihr die Co-Streamer Forschung? Habt ihr alles mitgenommen? Schreibt es mal rein. Hattet ihr Probleme? Schreibt es mal rein. Habt ihr einen Trainerklub-Account? Musstet ihr euch einen machen? Habt ihr es schon seit 100 Jahren verknüpft? Oder habt ihr es am Handy alles abgeholt? Oder wart ihr am PC? Habt ihr die WM verfolgt? Oder habt ihr Fußball geguckt gestern? Schreibt es mal rein. Peace out forhaut. Euer Ramses. 5x 9x 10x 11x 20x 12x 12x 11x 13x